ja doch 133 meter ist das erste ziel oder doch kommen einfach hinterher wir müssen da irgendwie hoch warten sie mal bitte aber wir kommen da nicht rüber weil das oder das ist da wir müssen dadurch die höhle da rein kommen her wir kommen wir kommen von hier oben lang hier kommen wir lang müssen hier irgendwie lang kommen machen wir jetzt unsere erste artillerie stelle hier unten kommen sie mit jeder hier ja 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 alles klar wohl mal vorsichtig da ist nämlich die 88 88 irgendwo hier geht es auch noch mal raus scheiß die wander dann ist doch dort wo wir gerade gewesen sind ja warten sie mal da sind aber welche stopp markieren doch nichts war nur sagen wir uns nichts okay der ich sagte oder waren wir gerade dann ist der dinge nie im berg irgendwie so warten sie ich guck mal durchs gläschen hier ist die 8 8 haben sie ja die steht hier ach ist jetzt hier unten ach ja oder ja die müssen wir nur bumsen solchen sprengsatz anbringen und sie schießen da drauf macht das schon darf ich darauf schießen ja aber kommen sie suchen sie erst mal hier ein bisschen wird dann aber zum durchsuchen ja hier sind häuser da kannst du erst mal durchgucken ich lege das sprengstoff ab wenn ich erst mal ja dann ist doch dann weil ich gesagt habe da runter und da muss ich runter ach du scheiße ist nicht nur ein keller hier ist eine ganze anlage hier oben drüber stehen die 8 8 da ja wahrscheinlich müssen wir unten nur das fass schießen ja wie willst du von da oben da rein schießen da bist du noch weg vom fenster wenn ihr hier eine sprengladung anbringt wenn ich eine ich habe ja keine ich habe ja kein dynamit mit ja ich habe dynamit gefunden ja dann macht glaube ich ich habe auch kein dynamit scheiß die wandern wieso wieso wird denn jetzt machen können noch mal was jetzt mal gucken weil du kannst du nicht drauf schießen doch wie willst du denn hier drauf schießen gestartet erwarten das ist das ist noch in berg kommen oder von hier Ja, warte mal. Dann müsst ihr gleich schön tot. Ich sehe in den Häusern keinen Dünni. Ja, hab ich doch Dynamit. Haben sie? Ne, oder? Warte mal, hier oben... Ah, scheiße. Guck mal, hier oben drauf müsst ihr doch mal liegen. Guck mal, in der Kiste. Auch nix? Ah. Scheiße. Wir brauchen Dynamit. Oder wir schießen da einfach nur drauf. Hat die Dynamit? Nein! Hör doch, bist du doof oder was? Dann triffst du doch nix. Ah, stimmt wohl. Also, ich würd von hier aus nie auf das verschießen. Ich kann ja mal versuchen. Komm mal her. Komm mal weg da. Ich schieß mal da drauf. Kannst du vergessen. Kannst du vergessen. Kannst du, hake dann ab. Okay. Wir brauchen Dynamit. Du kannst das so nicht kaputt machen. Hör doch mal auf die Muni zu versauen. Ja, ich hab verstanden. Kannst du denn hier? Hier ist mal rote, eine Granate. Kann man da drauf schießen? Habe ich auch schon vorhin gedacht. Aber ich glaub wohl kaum, oder? Ja. Das ging. Heile leile. Okay. Das hat funktioniert. Dieses war der erste Streich. ja okay es hat auf jeden fall funktioniert und ich dachte mir schießt mal drauf ja okay dann 246 meter ja ich denke mal schon alles wieder zurück komm ich rüber das hat eigentlich ja auch optionale zielfunkgeräte oder was ich weiß nicht so aber wie kommen wir jetzt dahin dass die große frage durch die offnung eröffnung wir müssen ja dahin moment wir müssen ja wir müssen ja links rum irgendwie ja warten sie mal eben ich gucke mal auf die karte aber wieder das verkehrt wir sind richtig müssen da hinten durch die öffnung wo sie mein auto also ich gucke noch mal ja wir müssen aber wir gucken alles ab hier aber habe ich schon ja wir haben hier schon tausend mal nach hier rum hier rum hier rum la rum löffelstudio sowieso da ist noch oft nur hier rum ja ja ist ja gut können es ja wieder trennen teilen ich meine scheiße hier ist ein abgang und ein gegner das ist schön aber hier ist auch noch ein abgang ist nicht so schön ich hole mir mal den gegner eigentlich so voreilig halt die klappe haben sie mich jetzt gemeint sicher der merkt doch nix glaube ich auch die drücken ja immer so fest zu sieht aus wie ein guter aussichtsbord ja super jetzt haben sie wieder alle wachkugel gut hier ja genau da ist er leute da brennt alles oder auch nicht na gut jetzt brauche ich hier noch nicht mehr weg wollen wer schreit denn hier seid doch mal durch leute sind ihnen also panisch ich bin ganz schön nervös da hinten rennt noch einer rum ach da laufen sie alle miri danke dass du mich hier im stich lässt das ist ganz toll ich wollte nur noch nie als scharf schütze von hinten erwischt verstehen sie einer umgeht mich gerade er kommt jetzt hier zu mir glaube ich macht den weg er ist weg vorsicht ja natürlich ist er hier irgendwo guck mal gucken wo ihr jetzt seid da ist er doch kannst du mal deutsch sprechen ich hab dir mal ein bisschen geholfen ne danke ich bin ja immer so unbeholfen äh 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 da ja und durch den anderen schützen ja 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 Aua, der hat mich, der hat mich, der hat mich, der schießt auf mich. Ich kann so schnell herwachsen. Aua! Er ist ein Schafschütze, der schießt auf mich. Oder wo? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Aua! Ich bin hier auf der Straße. Ich bin gleich doof. Aua, ich bin gut. Der weg hier, der liegt da drüben irgendwo. Irgendwo in dem Gebäude muss der sein. Schon lange tot, Mann. Echt? Nee, der blinkt da oben noch, der ist noch nicht tot. Ah, da rennen wir hier rum. Da muss man einen kleinen Hüpfer machen. Aua! Der hat mich. Ach, der ist hier im Haus. Ich hab den gar nicht gesehen, Miri. Ja. Der ist hier im Haus. Kann ich nicht auf den schießen. Miri! Oje. Aua! Da sind zwei Stück hier, ey! Oh nein, 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 nein! Oh nein, 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 nein! Oh nein, nein, nein! Oh nein, nein! Da waren zwei Stück noch auf der Straße. Da waren zu viele für die kleine Miri. Ich bin mal gespannt, von wo wir starten. Wahrscheinlich von der 8.8. Ja. Habe ich recht gehabt, ne? Kommen sie mit. Ach, Mann. Kommen sie jetzt mit. Ja, sie müssen auch immer so auffällige Sachen... Bajande, ne? Ja, ist ja gut. Alle zwei in Action, ey. Mann, Mann, Mann. Habe ich den so schön markiert, wissen Sie? Und dann müssen sie da wieder so... Oh, ne, hier kann ich ja gar nicht. Aaaaaaah! Du bist auch selten doof, ne? Ich glaube, der hat nicht gesprungen. Du bist ja echt selten blöd, bist du, ey. So wehe, Ochsen. Ich kann dich noch nicht mal holen, ey. Ochsen, das tut so weh. Ich komm da nicht hin. Doch. Nein, Miri, ich komm da nicht hin. Das ist, das ist so nie... Das ist... Ich komm da nicht hin. Ah! Da ist er. Der Retter der Nation. So niedrig, haben Sie jetzt gesagt? Ach, halt doch, die Fresse. Du bist doch die Dove, die immer stirbt. Hallo? Los jetzt! Ich erinnere mich, dass ich sie gerade wieder beleben musste. Hallo? Äh, ehrlich, ey. Brot kann schimmeln. Unfassbar, Leute. Ihr habt jetzt gesehen. Ja, ihr habt doch gesehen, dass die da wieder runtergesprungen ist, wo sie nicht runter springen soll. Komm, wir gehen jetzt durch das Tor da. Naja, genau. Wir gehen einfach durch die Höhle. Nicht, nicht wieder diesen da. Gucken wir, was da oben ist. Müssen wir ja sowieso gucken. Das ist noch mal Fussball. Das ist aber ein schönes hohes Haus. Ich glaub, da gehen wir auch rein. Sieht aus wie ein guter Aussichtspunkt. So hat er recht. Da bin ich auch der Meinung. Das ist ein schöner Sniper-Aussichtspunkt. Aber ich höre Stimmen. Ist das ein Radio, was ich da sehe oder höre? Oder oben blinkt was? Aber ist keiner. Hä? Da blinkt doch was. Da habe ich jemand gesehen. Okay. Man halte davon, wenn wir die jetzt ganz leise alle weg machen. Ja, alle? Ich sehe ja nur einen. Ja, das muss auch erst mal reichen. Kommen Sie mal mit. Wir gehen mal da ganz außen rum. Das Risiko ist natürlich da, ne? Vorsicht. Der kommt, der gucke. Aber der ist jetzt... Wir müssen jetzt ins Haus und dann schnabbeln bei denen. Schnell, 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 schnell. Nach oben. Nach oben. Ich habe die Railroad schon ausgerüstet. Der ist unter uns dann. Nein, der ist genau bei mir. Oh! Oh! Verdammt! Alter! Bin das nicht leiser? Ach, wieder, sollst du! Oh, scheiße, Granate! Aua! Aua! Aua.. Darf ich mal fragen, was die da überhaupt treiben? Aua! Aua! Und welche auf dem Dach? Ja, warum rennst du denn aufs Dach? weil ich gedacht habe von oben ist immer besser auf 1 da kommen noch zwei einer ist weg ich habe hier unten schon mal drei weg gemacht ich musste aber die wellrode im weg packen weil ich habe da keine keine munition mehr für ich habe noch ein waffenteil freigeschaltet was ist auch hier unten kommt einer da kommt ein haus kümmern sich um den weil ich unter feuerschutz wie gehe hier und sehe keinen auch da ist einer denken sniper hast du den da unten weil ich müsste mich einmal dahinten drum kümmern das ist mal gucken wo ich überhaupt ein hab ich wachsam bleiben hallo miri noch zu kauders aber die sache ist noch nicht irgendwo hier steckt hast du den der hier unten rum lief weil solange du kein markierst kann ich auch kein 10 der lief hier um hier ich führe jetzt sehe ich ihn wer ist jetzt im haus ja das war auf kameraden ich werde dir jetzt mal helfen wo ich bin ich weiß man stein mit auf mit 11 wenn sie vorher ausgewählt haben heißt das ich habe stein geschmissen der ist im haus und zwar da wo ich drauf bin bleiben sie ruhig ja hox dann er muss ja auch noch andere stimmen bleiben sie ruhig warte mal ich noch gehen mal raus wenn er hier ist er ist hier irgendwo da unten steht da steht hier unten Nierentreffer war das hast du ihn? ja ok ein Nierentreffer morgen gibt es Nierchen sauren Nierchen so dann gehen wir mal auf das hohe Gebäude was halten sie davon ja das war auch jetzt meine meine nächste idee obwohl wir dahin noch Gebäude haben wir haben da auch noch Gebäude das stimmt aber erst mal müssen wir die schöne Ausrichtung gehen ach hier oben warten sie mal die ich würde ich sagen aua liege ich versuche da raus zu kriegen wer da schießt aua da drüben ist er ja ich sehe ihn er kann nicht weit gekommen sein aua los nach oben wachsam bleiben ok ich kann diese scheiß Dings nicht ausschalten ja ich weiß auch noch nicht geh mal nach oben und dann genießen wir die schöne Aussicht Moment der Sprecher könnte meinen Schuss übertönen äh dazu müsst ihr erstmal einen sehen Alter ist das laut ist auch nochmal ein Scharfschutz ich hab für die Wellrot kein einzigen mehr äh es kann sein dass sie welche hoch kommt mein Gott wenn er hier ist wenn er hier ist finden wir ihn was soll ich denn da sabotieren vorsicht irgendwo hier steckt er hier ist übrigens Moon äh Moon aber nichts wie die Wellrot hier unten sind zwei eins zwei die haben sich ja sehr gut hingestellt aua die wird geschossen aber weiß ich wie viele Leute das sind ja kaum noch welche die 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 sind die 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 das ist das ist Wo denn da hinten? Den Panzer kann man auch kaputt machen. Ja, aber da schießt man irgendwo ein Snipe auf uns, da unten ist einer. Und nein, mal den steigen, genau so. Warte mal eben, ich mach mal eben Spaß. Aua, von hinten! Die von hinten. Hat der Panzer geschossen oder was? Ich hab keine Ahnung, ich hab das nicht mitbekommen. Oh, ich muss mal eben Mediklisten. Ui, 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 ui. Ja, dann erst mal Prost, der Hoxton. Ja, Prost, ne, muss ich mal so sagen. Prost. Rücken wir auf die Leertaste, Scharfschützen ist betreten. Jetzt hast du das Scharfschützen ist betreten. Das, das ist das, was die damit meinen. Äh, wenn du... Ach hier, ach so, ah. Verstehe. Da oben sich doch noch einen rennen. Au. Auch wenn wir die Panzer tun und schon mal nix mehr. Alter, der ne Rückschlag. Wo, wo siehst du denn einen? Kannst du den mal markieren? Wenn er hier ist, finden wir ihn. Der hatte ne Panzer... Aber hier ist noch jemand. Der hatte echte Panzer-Forst. Ich dachte, ja, dieses scheiß Lautsprecher. Die geben mir jetzt sowas voll auf den Senkel. Ja, wir müssen auch da hinten irgendwas sabotieren. Schieß doch mal drauf auf das scheiß Ding. Hab ich doch vorhin schon versucht. Aber ich würd mal sagen, ist schön hier. Ja, ist schön hier.